Ich komm mal auf den Dirty mit rauf. Ich bin verwirrt. Fliegt. Der hat einen Kit und der Wechsel. Boah, hier oben. Was geht denn hier? Die ist ja volle Hütte, Mann. Eskopf, komm mal zu uns hier. Hinten kommt einer runter. Mit Köder, jetzt geh ich mal von aus. Voll gelb, voll rot, irgendwie ne Scheiß.